Herzlich Willkommen zu Javolo TV. Ich stehe hier mit Fischer von Kunterbund zu 30 Jahren Grabowskis. Warum so? Warum so? Die Frage ist schon mal falsch formuliert. Wir machen hier ein Festival zu 30 Jahren Kunterbund e.V. Meine Werbete Grabowskis ist dabei. Normalerweise spielen wir nur die großen Hallen. Wir waren auf ganz großer England-Tour. Und wir haben uns zum Kunterbund-Geburtstag zu 30 Jahren überlegt, dass wir hier und heute, in diesem Monat, am 31.10. ins Rattenloch kommen. Schöne Rene interessiert keinen? Jawohl! Wie machen weiter? 1980 haben wir uns, glaube ich, gegründet. Ich glaube, unser Sänger war da schon 1977 mit der Sexpräsidenten unterwegs. Ja. Und nicht fett zu werden, wie Johnny Rotschaus mit der Weilen ist. So eine Scheiße. Dankeschön. Javolo TV, das Fond steht für. Fiegt euch alle. Das ist die Mixery-Band. Zweite Runde, zwei Meter später. Wir haben hier wieder bei Javolo TV. Gary von Manege Frey. Das Frey steht für. Fassaufen. Nein, Mann. Ja, zeichnet doch auf. Wir zeichnen auf. Das ist aufgezeichnet. Wir haben noch mal das. Das ist eben ausgeschlossen. Das ist doch hier zur Halloween-Show. Ja, auf jeden Fall. Nur das wird reingeschwitten. Hier geht's auf Gary. Tatsächlich. Danke. Da geht die Nein drauf. Mal jetzt noch zur Musik. Manege Frey bedeutet für dich in Punk in drei Worten. Laut, schnell, aggressiv. Was heißt diese aggressiv? Ja, schwitzen und Bier trinken. Und pöbeln. Und das Frey. Gary, danke schön. Auch das interessiert wieder keine Sau. Aber wir hören es uns an und sind erschüttert. Ja, Wolo TV. Ja, Wolo TV. Ja, jetzt mit Wolo. Ja, jetzt mit Wolo. Achso, jetzt mit Wolo. Ich habe mal ein Mikro vergessen. Wer bist du denn? Ich bin ja mit Wolo. Kannst du auch einen Schluck aus meinem Mikro gerne nehmen? Okay. Das Mikro ist frei für alle. Danke. Wie die Manege. Ja, jetzt stellt mir auch vielleicht was ein. Ihr spielt heute mit Tricky Whoop? Nee, die andere Welt. Ah, hier. Dixken, Dixken. Also, zu deutsch, Schweine, Dosen, Fliegen ein. Wohin? Hinten die Dosen. Ah. Schweine, Fleisch, in Dosen. Fliegen, Fleisch, in Dosen. Ich bin, oh, sorry. Pitschen, klar. Heute, heute neue Besetzung. Schachgeweisen, Fliegen. Ja, das ist aber noch gehalten. Also, er hat mir die Tasche gegriffen. Ja, irgendwie ins Klo, ja. Auch nicht schlecht. Aber dafür nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch erbarmt habt, uns gut zu greifen. Ich hoffe, das war nicht in diesem Land. Ja, das interessiert aber auch keinen, oder? Wie immer nicht, ja? Ist ja auch keiner zu. Nee, guck mal. Schreibe, wir sind live dabei. Okay. 30 Jahre Kunderbund mit Snakebite. Herr Fischer, Sie haben alle Drogen durch und jetzt mit Schlankbissen, wie sieht's aus? Schlankbisse sind wahrscheinlich sehr, sehr geil. Da geht es aber eher um einen Cocktail nach Snakebite. Der besteht aus Guinness und Cider. Garnes aber in England, das ist gut, und hier hat das nicht mitgebracht. Das ist tapfer. Dazu wird sich wohl mein Bruder mit einer Videobotschaft äußern. Slankbite, Julian Fischer. Jetzt. Danke schön. Jawohl, TV, wir sind raus.